So, Leute! Da sind wir wieder zu Project Zero und ein wenig... Ach, vibriert direkt. Und ein wenig ängstlich starten wir nun richtig ins... Und ich wusste doch, dass hier irgendwas ist. Ins zweite Kapitel. Oh mein Gott. Denn Dämonenjagd, das klingt schon evil. Das ist der Brunnen. Das ist der Brunnen? Und was lag da bitte? Das Foto nackt erlegt. Ja, aber hier... Ach, Fakt, warte. Ich hab immer noch den Starkenfilm an. Ich muss mir merken, mein Foto muss ich den normalen an... Also möchte ich den normalen aktivieren. Wappen der Familie Mofo... Ah. Nur vier Steine in den fünf Öffnungen. Vielleicht brauch ich drei. Ach so, okay. Ja. So, ich muss jetzt dahin, wo das scheiß Kind hingerannt ist. Diese Drecksplag. Was uns da irgendwie als Dämonen abgestempelt hat. Nein, wir sind noch kein Dämonen. Nein, wir sind noch kein Dämonen. Und ja, ein wenig ängstlich. Wie gesagt, starte ich jetzt richtig in dieses Kapitel rein. Ein wenig ängstlich deswegen, weil Dämonenjagd klingt... Schon mal richtig spaßig. Moment, ich muss mich mal lauter drehen. Nicht nur, dass es spaßig klingt. Nein, wir begegnen auch direkt mal Geist, in dem die Augen ausgekratzt wurden. Und ich habe schon verraten bekommen, dass dieses Ding öfter kommt. Da freue ich mich aber richtig drauf. Oh, scheiße, meine Nerven. Dieses Spiel schafft mich noch, sagte Burrito 1 zu mir in einer schönen kleinen MSN-Runde. Und wisst ihr was? Ja, zu Recht, dieses Spiel schafft mich. Oh mein Gott. Aber ich halte es durch. Für mich. Für euch. Für uns. Brennte das Licht vorhin auch schon? Ach, keine Ahnung, komm. Allah! Du, Kind! Leucht... Moment. Da leuchtet doch was. Ist es auf der Treppe? Oder unter der Treppe? Hä? Ach, da. Okay. Schon gut. Schon gut. Hallo, jetzt lass mich da hin. So, und hebe es auf. Miku-Chan. Äh, nein, du sollst aufheben, was da liegt. Ach, gut, toll. Gut, also jetzt weiß ich wenigstens noch mal, wo zwei Feen, ja, also Schuhe, Wiederbelebungssachen liegen. Warum ist die jetzt auf einmal offen? Warum? Egal. Ja, du musst dich da rein? Kann ich da überhaupt rein? Anscheinend versch... Okay, kriege ich noch einen Schlüssel für. Cool, die ganzen Türen... Wo... Bretter vorfahren? Nein! Och, not you again! Och, come on! Warum bugst du dich da durch die... Na, 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 na. Ja, also ich weiß, er hat es nochmal geschrieben, dass ich für Zero Shot zwar mehr Schaden mache, aber... Junge, äh, Kumpel, tut mir leid, es ist mir wirklich... Ich fühle mich so sicherer, wenn ich so... Auch wenn ich so mehr Film verschieße. Aber bitte, lass mich es so machen. Sei mir bitte nicht böse, dass ich seine Taktik gerade nicht befolge und nicht warte, bis es ein Zero Shot wird. Ich weiß, ich weiß, ich kriege mehr Punkte und alles, aber... Oh, ja. So, ähm... Wieder was zu fotografieren? Was... Oh nein, Talisman! Och nein! Oh, komm! Komm schon! Warte, wo ist das? Äh... Was ist das? Oder wo ist das? Oh nein! Und ich hab schon wieder mit einem starken Filmfoto geschossen. Warum? Ah gut, weil ich wieder einen gefunden habe. Okay. Okay! Äh, aber wo war das denn jetzt? Ich hab das nicht... Ich hab keine Ahnung. Datei. Fotos. Treppenaufgang. Ist das der sicherlich? Ja. Ähm. Wo? Zum Henker. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Ja, aber ich wollte jetzt fünf Runden und... Also die Tür ist sicher zu? Ja, ist sie. Okay, dann... Ist der Treppenaufgang damit gemein? Scheinbar, denn ich kann hier was fotografieren. Da ist was. Rachegeist. Und ich hab schon wieder in den starken Film verschossen. Kann ich mir das nicht mehr merken? Mann! Ich hasse mich dafür, dass ich da nicht dran denke. Ich glaub, ich mach mal einen Livestream und... Dann... Immer wenn ich den starken Film verschließen will, sagt er... Nein! Ah, nein! Und haut mir auf die Finger. Wie auch immer. Ach, keine Ahnung. Oder damit ich einfach nicht so allein bin. Obwohl ich bin nicht allein. Ich hab's ja schon mal gesagt. Ich fühl mich sicherer. So, als Let's Play. Ja, ja, genau. Und... Äh, Rose hat's geschrieben. Rose of the Ocean, glaub ich. Ähm. Dass sie eine Theorie hat. Da, wo diese Blutlache ist. Könnte ja sein, dass was an der Decke klebt. Und... Ja, nein! Jetzt aber! Jetzt aber erwischt! Und, ähm, ja. Ich weiß es nicht. Sie hat gesagt, vielleicht ist es so. Vielleicht auch nicht. Mikoto? Wer ist Mikoto? Keine Ahnung. Wir wissen es beide nicht. Aber ich werd gleich mal nachgucken, um zu gucken, ob was dran ist. Und, oh Gott, hier liegt so viel starker Film. Und hier bitte kein Kampf nochmal. Ich hab noch mehr starker Film. Oder Heilung oder sowas. Ja, haha. Ja, ja, ja. Okay, da ist Blut. So, lass mich gucken. So, da Blut. Das ist irgendwie kleiner geworden. Hm, ist da was? Ist da was? Nein, aber... Ich weiß, dass diese Lache irgendwie auf einmal... Kam es mir so vor? Da wurde sich grad immer größer. Na ja, hätt ja sein können. Oh mein Gott, oh mein Gott. Gehen wir einfach weiter. Miku, wie kann man mit dem Alter so mutig sein? Wäre der erste Geist gekommen. Und noch nicht mal, hätte ich diese Wille nur gesehen. Dann hätte ich gesagt, okay, ciao. Was? Äh, wie? Ich hab die doch schon aufgemacht. Äh, was ist los? Nochmal. Äh. Drei. Vier, fünf. Sechs. Sechs. Ach, ach, ach. Äh. Hä? Okay, nochmal. Ähm. Nein, das meinte ich nicht mit nochmal. Zurück. Und nochmal. Äh, lesen. Klar. Okay, nehmen. Shinto Ritual. Blend. Und am Tag des... Ist das jetzt wieder eins... Zwei, eins, drei oder was? Zwei. Eins. Warum gibt es so viele von diesen Scheiß-Türen? Das gefällt mir nicht. Nein, ist falsch. Oh, ich hab keine Ahnung. Ähm. Ich hab... Ach, warte, Moment. Ich hab doch neulich erst mal so ein Dokument wiedergefunden, wo... Oh Gott, was war das denn jetzt? Blind, ah. Ach, vielleicht... Wie wär's damit? Zwei. Damn, damn, damn. Am Tag des... Ist schon mal okay. 26 muss vorkommen. Tag 11. Und im Vorbeidung, dass wir wohl 10 Jahre später eine Jungfrau der Heilung gemacht werden. Ähm. Shinto Ritual. 10 Jahre... Also 26, 10 oder was? Ich probier's mal aus. 26, 10. Wenn ich dann 10, 26. Oder so ähnlich. Okay, ähm. Ja, ja, ja. Ich bin durch... Flex 20, 10. Okay. Eins. 2, 3, 4, 5, 6... Und jetzt 10. Nein, das war falsch. Und es laggt. Bestiale. Warum laggt es jetzt schon wieder so? Wollt ihr mich... Ich hab den PC gerade neu gestartet. Gerade vor ein paar Sekunden. Und jetzt laggt es schon wieder, oder was? Meine Fresse! Ich mach Pause kurz. Ich... Bis gleich, Leute!